Hallo, ich bin Lucy und ich bin gerade mit der Organisation Kulturwerke Deutschland in den USA, genauer gesagt in Los Angeles in Kalifornien und dieses Video ist ein A Day in my Life in Chinatown. Also ich bin mit Freundinnen mittags so nach Los Angeles Downtown gefahren, halt nach Chinatown und da haben wir dann halt Mittag gegessen und sind rumgelaufen und haben uns einfach alles angeguckt und das habe ich für euch so ein bisschen mitgefilmt. Und bevor das Video jetzt losgeht, erzähle ich euch noch so ein bisschen von Los Angeles und wie es hier überhaupt so ist. Ich bin nicht direkt in Los Angeles, sondern eher in so einem Vorort, so ein bisschen nördlich von Los Angeles, aber es ist richtig schön hier. Also ich liebe die Gegend, es sind überall Palmen und Berge und Hügel und halt auch Hochhäuser. Also die Gegend ist wirklich sehr schön. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch ins Ausland wollt. Ich kann euch auch mal zeigen mit dem Blick aus meinem Fenster. Also so sieht es aus, wenn ich rausgucke. Da sind auch Palmen und da ist unser Pool. Das finde ich sehr cool, dass wir einen Pool haben. Und was hier auch echt ein Vorteil ist, man kann super viel unternehmen. Also man kann nach Los Angeles gehen, nach Downtown, nach Chinatown. Man kann sich das Hollywood-Sein angucken oder den Walk of Fame. Und hier in der Nähe ist ja auch direkt das Meer, also Malibu und Santa Monica. Wir fahren auch oft am Wochenende einfach mit dem Bus eine Stunde lang und dann sind wir halt am Strand. Im Moment ist es noch nicht so warm zum Schwimmen, aber ich glaube im Sommer werden wir auch oft einfach für einen Tag so an den Strand fahren. Also das finde ich auch echt richtig cool. Man kann so viel hier unternehmen. Wirklich, falls ihr in die USA wollt irgendwie und euch einen Ort aussuchen wollt, geht nach Los Angeles. Wirklich, es lohnt sich. Wirklich, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wirklich, es hilft, es heilt die Kraft! Okay, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr ein bisschen einen Einblick bekommen konntet, wie es hier so ist. Ihr könnt auch übrigens gern den Kanal Kulturwecke Deutschland hier abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!